die ja hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge VK3 Prozent ja unsere Mission ist jetzt gerade um die in Deutsch dort zu sich da zum Bringen schauen wir mal mit dem Ding dort bis zu der hinkriemen schon mal ja und tätig gesagt starten direkt los was man darauf oder die Monomar auf oder ja schauen wir mal wie weit wir kommen und wir sind ja eh schon gewohnt zu laufen na Grafik lag so wie es ausschaut kann man nicht ganz so weit wie er jetzt geplant hätte wenn wir schon so tief unten sind jetzt mittlerweile werden wir höchstwahrscheinlich im Wasser landen haben aber wenn dies passiert dann schaue ich nur ganz kurz bei dem einen Außenposten da drüben vorbei den haben wir uns dann noch dann haben wir wenigstens noch ein Außenposten eingenommen ja auch was so schauen wir mal was da für Freunde hier unten sind wir haben nicht nicht mehr nennen mit Pro um dann im Herd auch viel mehr drauf mich auf er hat diese ich hoffe die Sankt schon mal perfekt Teilnehmer vom Außenposten so halb tot Moritz haben wir eigentlich munitionsmäßig als Prozent sie ist können weil die Hilderung zu typen es gab umkommen ist und Bogenhauer auf alle Fälle ist lautlos Prozent Mauer von sich über die entdeckt Ganz lecker. Wo ist da der Alarm? Wo ist der Alarm? Wo ist der Alarm? Ist da überhaupt einer? Da ist gar kein Alarm. Wo ist der Alarm? Da muss doch ein Gewinner sein, oder? Da ist gar keine Alarm-Anlage, geil. Ich hätte mich gar nicht anschleichen brauchen. Außen passt mich frei. 500 XP erhalten. Nice, nice. Das Gute ist ja jetzt da dran. Hoppla. Leichenplündern hätte man ja fast vergessen. So. Das Gute ist ja da dran, dass wir jetzt so eine Basis haben, wo wir uns Munition und sowas sehen können. Munition. Wenn wir den Tag auffüllen. Da kriegen wir sogar 20% Rabatt auf alles. Und ein weiterer Vorteil ist auch, dass uns unsere Kumpels ein Boot gebraucht haben. Wo die Weichen, Konzentimeter, nicht. Wo ho ho ho. Scheiße, ich glaube, ich muss erst zustoßen. So geht's. Ach, ich geh mal zur Seite. das war ich mua hi ich hab euch euer Boot geklaut das dürft ihr jetzt gerne da bleiben soo race man jetzt hin da wo wir kürzesten hinkiemann da wo wir hin müssen wo wir da rauf oder bisschen drauf heizen brrrr schauen wir mal weiter nicht weit aber wir haben auch noch mal weiter ich nehme glaube ein Bogen der ist so ja irgendwie nett so ein Auto war jetzt trotzdem nett das wäre dann so zu uns eine Feinde oder so kann er vorbeibringen Kiste 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 2,30 Dollar cool kann man ja Familie ernähren davon einen ganzen Monat lang kann man da hinten rauf ich würde jetzt gerade Arbeit und Weg sparen und deswegen das würde man also so wie mit dem Autofahren also so wie mit dem Autofahren hey das ist meine Rennerei den fuck ready open world Spiele sind schon heftig vom vollen Laufen her den habe ich und den auch unsere Pfeile kriegen wir ja da Gott sei Dank können wir wieder zurück mit meinem Pfeil ah da ist er da ist er ja und da ist auch nochmal einer oh und sobald der Rucksack ist schon wieder voll so wie es ausschaut dann hier ist doch weiter es kann man dort theoretisch schnelle Auflaufen die Seilerrutsche nutzen und dann gehen wir dort noch mehr auf des Rentiers jetzt leider nicht hat auch der Thema Kanzler und da sieben und 50 Dollar oder so viel und nicht von da war das ist so extrem weit jetzt der Schnellreise ziel das ist nächstes mal irgendwie das mit Busten könnte ihn nur wieder hin um sie Prozent hat doch mal sie hier dann geht doch klärt und mei und die lauf durch um und schau blöd und diese ja 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 punkt und die Räuter so durch sind Kumpel Kumpel Räutern Kumpel Tio Tio wer kann der kann sie haben wir ja nicht am Gangston ja die Sätze komplett die Videosequenz der Kurs selber nix machen blöd schauen einst vor langer Zeit gab es ein Lotusteich voll klarem Wasser mit weichem Sand an seinem Ufer und vom Duft der Blüten umwehen doch eine Hüte lebte unter der Ufer und verschlang jeden der sich dem Wasser näherte ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor ihn zu töten er bedeckte seinen Körper mit Tata und bediente sich der Kraft des Totenreichs und als er bereit war ging er den Pfad des Lotusteichs der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel rot der nachfahren des Kriegers ja ok zugleich jetzt erhebt sich ein neuer Riesen die unsere Krieger zu befreien beweise dich deines Tata aus würdig dafür gebe ich dir die Kraft die du verlangst ich tue es dann sehen wir uns bald wieder Held haaa haaa unser Spezi haaa haaa naja haaa 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 also dann bis zum nächsten Mal gell wie sie auf eine mit denen wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransporter und was? wie lautet der Plan? ein Hinterhalt, geh und triff die Männer mit denen du arbeitest sie sind in Schorchka und sie freuen sich dir zu helfen ja, ich helfe zwar ihnen, aber ja, ich helfe gern ihnen oder sie helfen, ja gern mir da ist unser Anführer der warum kann ich keine Schnellreise machen? ich kann keine Schnellreise machen warum geht das nicht? warum? wir haben da jetzt eine Schnellreise machen ja super ein Auto haben wir auch nicht wir haben jetzt im Moment überhaupt nichts, aber ja wir müssen wir irgendwo da hinkommen irgendwie und irgendwo mehr oder Schnellreise oder geht das? ja das ist ja gar nicht möglich, dass ich da Schnellreise hin mache dann mach ich nach Betttaun und da verdocke ich mich auch irgendwie hin normalerweise mal kurz den war gelder automatisch so jetzt einfach mal über den hügel darüber mein gott 1,3 km sein jetzt ist insgesamt oh man das ist jetzt der leiko krokodil nicht kann so und rein mein boot schauen wir mal wie weit wir kommen normalerweise könnte man ja schön in die richtung habe ich gesehen wenn sie nicht gerade auf mich schießen würden verfolgen wir die ja schöne brücke schöne brücke jetzt mittlerweile verfolgen sie mich nicht mehr verfolgen sie mich nicht mehr kommt man da durch verfolgen oder springe schnell raus vielleicht kommt man da irgendwo was aber was er liegt hat sie jetzt voll rentiert wird sonst nirgendwas ich schaue mal dass ich mein bruder irgendwie weiter kommt dann geht's halt eben aus dieses jahr mit mit und den wort schon mit 20 Sekunden drüber die Römer Saloni weil So und wie es ausschaut, ist da unten unser Ziel, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr da auch wieder dabei seid, über Likes, Kommentare und Abos würde mich sehr freuen, natürlich auch über Vorschläge, über was ich meine Let's Plays reden könnte oder wenn es einfach ein Frendi weitergibt. Okay, bis zum nächsten Mal, bis dann.